Willkommen zum zweiten Teil der Vampire 1200 Reihe. Mit diesem Video möchte ich dort anknüpfen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und euch zeigen, wie wir das frisch installierte Amiga OS mit den essentiellsten Treibern erweitern. In der Videobeschreibung findet ihr wie immer eine Auflistung der Kapitel inklusive Zeitangaben. Beginnen wir mit einer kleinen Ergänzung zur Startup Sequence und unserem Vampire Map Befehl, welches das Kickstart Raum in den Hauptspeicher der Vampire lädt. Im besten Falle kann man das als Kosmetik bezeichnen, da der Lösungsansatz im ursprünglichen Video genauso funktional ist wie dieser. Öffnen wir also zunächst die Startup Sequence in einem Editor, sehen wir hier unmittelbar nach unserer Vampire Map Befehlszeile eine If Abfrage. Im Grunde tut diese If Abfrage fast dasselbe wie Vampire Map. Es lädt die Betriebssystemkomponenten nach, sobald von einem Kickstart 3.1 gebootet wird. In der ersten Zeile prüft die If Abfrage, ob der Befehl Load Modul im C-Ordner existiert. Ist dies der Fall, wird die Versionsnummer der Exec Library abgeglichen und geprüft, ob diese mindestens 46 entspricht. Warum ist diese Zahl so wichtig? Lediglich die Exec Library ab Kickstart 3.1.4 trägt diese Nummer, wodurch im Falle von Kickstart 3.1 ein Fehler zurückgemeldet wird. Der Parameter WARN ist dabei ein Indikator für den vorangegangenen Fehlercode. Falls also die Versionsnummern nicht stimmig sind, wird per Load Modul in der darauffolgenden Zeile das ROM Update geladen, welches auf Basis von Kickstart 3.1 alle essentiellen ROM Bestandteile, sogenannte Module, des neuen Kickstarts nachlädt. Wir können nun an dieser Stelle das Ganze umfunktionieren und die Abfrage so gestalten, dass anstelle von Load Modul nach unserem Vampire Map Programm gefragt und anschließend statt des ROM Updates einfach das gesamte Kickstart in den Speicher geladen wird. Dazu ändern wir wie folgt die If Abfrage und löschen den alten Befehl. Ihr werdet unterm Strich keinen Unterschied merken, aber da es manche Leute doch sehr genau nehmen mit ihrem Code, wollte ich euch die saubere Lösung nicht vorenthalten. Im nächsten Schritt führen wir vollständigkeitshalber direkt das Betriebssystem Update auf 3.1.4.1 durch. Diese Version enthält ein paar Bugfixes. Wer genaueres wissen will, kann hierzu einen Blick auf die FAQ werfen. Ihr findet diese auf der Hyperion Homepage. Die Installation ist selbsterklärend und bedarf eigentlich keiner großen Erklärung. Da wir nun alle Grundvoraussetzungen erfüllt und ein rudimentäres und funktionales OS geschaffen haben, können wir uns nun darauf konzentrieren, das System mit Treibern und Third-Party Software zu erweitern. Es kann durchaus sein, dass nun ein paar von euch a zu faul dafür sind, ständig Daten per Floppy zu transferieren oder b die Festplatte auszubauen und an den PC anzuschließen, um per Win-OAE Daten zu kopieren. Für den Datentransfer zwischen Amiga und PC gibt es ehrlich gesagt eine Menge Alternativen. Der A1200 wartet allerdings mit einer besonderen Schnittstelle auf, welche uns das Leben enorm erleichtert. Das PC-MCIA Interface. Im Zusammenspiel mit einem PC-MCIA Compact-Flash Adapter können wir nun mit einem Handgriff Daten hin und her schaufeln. Alles was wir dazu brauchen ist der besagte Adapter, eine CF-Karte und ein Kartenleser am PC. Soweit die Hardware. Auf Amiga Seite brauchen wir allerdings noch die richtige Software, damit das Betriebssystem die angeschlossene Hardware auch sehen und anmelden kann. Dazu habe ich die Compact-Flash-Floppy ADF erstellt, auf der sich alle wichtigen Dateien befinden. Zusätzlich befinden sich auch die gängigsten und wichtigsten Endpacker mit auf der Diskette. Ihr findet den Link zur ADF in der Videobeschreibung. Nachdem ihr die Diskette eingelegt und das InStyle Script gestartet habt, werden automatisch alle Dateien in die entsprechenden Pfade kopiert. Alles was ihr nun noch tun müsst, ist eure FED-formatierte CF-Karte samt Adapter in den PC-MCIA Port zu stecken und den DOS-Driver zu starten. backward Ming Rita-Pierre dieses Netz zu späteren sich im Gebrit mit einer Gruppe und die Dauer auf alle Dauer und die Krebs, die Dauer auf den Weg geben ist. Ich habe es ins Wagen gebrochen. mit einer Gruppe und der Dauer auf dem Weg bis zu fliehen. Die Dauer auf dem Weg geben die Dauer auf alle Dauer und die Dauer. Die Dauer beschrieben ist definitiv. Das ist eines richtig, um die Dauer und diese Dauer werden. Jetzt, da wir nun ganz einfach Daten auf unseren Amiga übertragen können, wäre es das sinnvollste als erstes die RTG-Fähigkeit der Vampire-Turbokarte zur Geltung zu bringen. Diesbezüglich benötigen wir zunächst das Picasso 96 Grafiksystem, als auch die Vampire-spezifischen Saga-Treiber. Als erstes entpacken wir also mit dem LHA-Befehl unser P96 Archiv. Picasso 96 unterstützt offiziell leider nicht den Vampire-GFX-Treiber, weswegen wir bei der Installation eine andere Grafikkarte auswählen müssen. Allerdings ist dies kein Grund zur Sorge. Diesen Treiber werden wir anschließend einfach wieder löschen, sobald die Vampire-Treiber installiert sind. Nach erfolgreicher Installation von Picasso 96 müssen wir jetzt noch unser Saga-Treiber-Paket installieren. Also entpacken wir auch dieses Archiv in unsere RAM-Disk und starten das Installations-Skript. Als Treiber-Version wählen wir V2 Gold 2.12 oder Neuer. Ist die Installation beendet, werfen wir noch einen Blick in unseren Monitors-Ordner unter Devs und löschen dort den falschen Monitor-Treiber. Das gleiche Spiel müssen wir ebenfalls unter Lips Picasso 96 machen. Im Saga-Treiber-Paket ist noch zusätzlich der Treiber für den SD-Karten-Slot der Vampire enthalten. Theoretisch wäre eine Datenübertragung ebenfalls darüber möglich. Die Konfiguration und Handhabung ist allerdings ein bisschen umständlicher, weswegen ich es bei diesem Video bei der einfachen PCMCIA-Lösung belasse. Ist die Installation nun abgeschlossen, können wir einen Neustart wagen und anschließend unseren RTG-Bildschirm aktivieren. Sind wir wieder auf unserer Workbench-Oberfläche gelandet, starten wir den Screen-Mode-Einsteller. Dank des vorkonfigurierten Saga-Treiber-Pakets sind hier schon alle wichtigen Auflösungen vorhanden. Die verschiedenen Seitenverhältnisse wurden hier berücksichtigt, so dass ihr je nach genutztem Monitor die passende Auflösung wählen könnt. Die Vampire kann hier maximal eine Auflösung von 1280x800 in 32-Bit-Farbtiefe. Beachtet bitte, dass in der momentanen Konfiguration der native RGB-Ausgang des Amigas deaktiviert wird, sobald wir auf die Vampire GFX umschalten. Ab der Version 3.1.0 von Picasso wird allerdings auch ein Multi-Monitor-Support gewährleistet, wodurch ihr theoretisch auf zwei Bildschirmen gleichzeitig arbeiten könnt. Darauf werde ich aber in diesem Video nicht eingehen. Einer besseren Lesbarkeit zuliebe wechsle ich aber noch in eine kleinere Auflösung. Da wir nun die Grafik-Treiber installiert haben, ist es an der Zeit noch einen kurzen Blick auf unsere Vampire-Konfiguration zu werfen. Hierzu steht uns das Tool V-Control zur Verfügung, welches mit dem Saga-Treiber-Paket installiert wurde. Führen wir das Programm in der Shell aus, werden uns diverse Parameter aufgelistet, mit denen man einerseits Informationen auslesen und andererseits das Verhalten der Vampire konfigurieren kann. Beispielsweise kann man sich nun die Core-Version anzeigen lassen oder auch die Prozessor-Informationen samt Taktung. Schauen wir uns die Prozessor-Informationen genauer an, sehen wir, dass zum Beispiel die FPU als Working deklariert wird und sich der VBR, also das Vector Base Register, im Chip-Ram befindet. Dazu aber gleich mehr. Die FPU der Vampire ist weitgehend kompatibel mit der FPU des 68040 und 68060. Lediglich ist hier die Präzision der Berechnungen auf 64-Bit beschränkt, statt der 80-Bit vom 68060. Begründet wird dies damit, dass der FPGA nicht genug Platz bietet und der Anwendungsfall so gut wie nicht existent ist, um einen solchen Aufwand zu rechtfertigen. Nun gibt es allerdings generell Programme, die Probleme mit einer FPU haben. V-Control gibt uns nun die Möglichkeit, mit einem einzigen Parameter während dem Betrieb die FPU abzuschalten. Lassen wir ShowConfig unsere Systeminformationen auslesen, wird dies so auch bestätigt. Im nächsten Schritt wollen wir V-Control in unsere Startup-Sequence einbauen und mit ein paar Schaltern unser System zur Bootzeit beschleunigen. Dazu stellen wir den Vampire-eigenen IDE-Anschluss auf die maximale Geschwindigkeitsstufe, verschieben das VBR ins Fast RAM und aktivieren sicherheitshalber den Super-Skalar-Mode für den Fall, dass dieser in einer vorherigen Session manuell deaktiviert wurde. Der IDE-Mode wird maßgeblich bestimmt durch eure verwendete CF-Karte am IDE-Anschluss der Vampire. Je nach Qualität der Karte kann es sein, dass eine zu hohe Einstellung Fehler oder Abstürze verursacht. Ihr solltet also an Qualität nicht sparen und euch gleich eine hochwertige CF-Karte zulegen. Das Vector-Base-Register wird von Programmen wie VHD-Load oder ShapeShifter benötigt. Dieses Register wird von der CPU benutzt, um herausfinden zu können, wo sich die Interrupt-Register befinden. Dadurch ist es zum Beispiel in VHD-Load möglich, einen Interrupt während des Programms auszulösen und somit das Spiel zu beenden und auf die Workbench-Oberfläche zurückzukehren. Befindet sich das VBR im Chip-Ram, kann es hier allerdings durch zu hohe DMA-Aktivität dazu kommen, dass die CPU nicht immer Zugriff drauf hat. Darüber hinaus erwartet ShapeShifter, dass sich dieses Register nicht unmittelbar im Chip-Ram befindet, da das macOS-Betriebssystem die unteren 8 KB des Chip-Rams für sich benötigt. Es ist also generell sinnvoll, das VBR ins Fast-Ram zu verschieben. Alle Programme, die auf Interrupt-Routinen zurückgreifen, werden so auch ein bisschen beschleunigt. Zu guter Letzt fügen wir noch den Superscalar-Parameter ein. Der Superscalar wird manchen ein Begriff aus dem 68060 sein, da hier ebenfalls eine solche Einheit verbaut ist. Ganz einfach ausgedrückt heißt Superscalar, dass eine CPU in einem Takt mehr als einen Befehl ausführen kann. Im 68060 sind das im Idealfall zwei Befehle pro Takt. Der Superscalar-Modus der Vampire wurde allerdings erweitert und kann im Gegensatz zu seinem Vorgänger weitaus mehr Instruktionsarten bearbeiten. Gleichzeitig besitzt der 68080 auch die Möglichkeit, Instruktionen in einem Takt zu kombinieren und somit im Idealfall vier Instruktionen pro Takt auszuführen. Unterm Strich bedeutet dies, dass der 68080 bei gleichem Takt weitaus schneller rechnen kann als ein 68060 und somit euer System enorm beschleunigt wird. Es gibt allerdings Programme, wie zum Beispiel Envoy oder auch Scene-Demos, welche Probleme haben mit dem neuen Superscalar-Modus. Hier wäre es dann sinnvoll, diesen vorher abzuschalten. Damit wären wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und wisst nun wieder einmal etwas mehr über euren Amiga. Macht's gut Leute, bis zum nächsten Mal.